Musik Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Murder Mystery. Und ja, also ich habe Murder Mystery schon länger nicht mehr gespielt. Heute kommt mal wieder ein Video von Murder Mystery. Da ich zur Zeit Murder Mystery voll gerne spiele. Und ja, auf jeden Fall werde ich mir heute auch eine Mystery Box kaufen. Das werde ich jetzt auch direkt mal machen. Und so habe ich mich für diese Box hier entschieden. Moment, das war die falsche. Ich dachte mir, ich kaufe diese Box hier. Und oh mein Gott, ich kaufe sie mir auf jeden Fall jetzt. Oh mein Gott, Leute, bitte was Schönes. Ich mache gerade meine Augen zu, Leute. Habe ich Orange? Oh, geil. Also cool. Oha, okay, das ist schon cool. Jetzt muss ich es, glaube ich, hier nur noch ausrüsten. Ähm, hier. Ja. Okay, ich denke, ich habe das jetzt. Ähm, ja, ich habe es okay, richtig cool. Und, ähm, ja. Falls man von euch so ein pinkes oder so hat, ähm, also, ja, da können wir das auch gerne tauschen. Also, ich gebe mein Orangenes für so ein pinkes. Also, ja, genau. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Ich finde es richtig cool. Jetzt habe ich endlich mal, ja, ein anderes Messer. Und ja, auf jeden Fall, Leute, warte ich jetzt, bis die Runde losgeht. Bis gleich. Okay, Leute, die Runde geht jetzt los. Und ich bin, okay, ich bin, ähm, unschuldig. Okay, das ist, naja, ich mag kein unschuldig. Aber gut. Okay, auf jeden Fall, Leute, ähm, ja, wie gesagt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, mal, ob ihr irgendwie ein Angebot für dieses orange Ding hier habt. Ähm, da, ich finde es schon cool, aber ich finde andere Farben ein bisschen cooler. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem hier. Und ich habe endlich mal eine andere, weil ich sonst immer das Gleiche. Und, ja, ich muss jetzt halt wieder auf 1000 sparen. Und, ähm, genau, da werde ich mir dann noch so eine Messerbox, ähm, ja, kaufen. Da ich, ähm, mein Dingens da, meine Pistole eigentlich ganz cool finde von der Farbe her. Aber vielleicht werde ich mir auch mal eine kaufen, ich weiß nicht. Okay, und, ja, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer hier der Mörer ist. Ähm, ja, okay, ähm, so. Ähm, ich sammle hier auch jetzt wieder ein paar Münzen ein und so. Und, genau, okay. Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall hier den Mörder gesehen, der ist da hinten. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr habt ihn auch gesehen, ich denke schon. Ich laufe mal lieber davon. Ähm, ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wer der Mörder ist. Und, genau, oh mein Gott, da hinten ist er, oh mein Gott, okay. So, ähm, der Sheriff sollte dann eigentlich kommen und ihn... Ja, Dings sind da, ähm, ja, oh mein Gott, ja, wir haben gewonnen, denke ich. Also, ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, okay, wir haben gewonnen. Das ist sehr gut. Und, genau, Leute, auf jeden Fall warte ich, bis die nächste Runde losgeht. Bis gleich. Okay, Leute, die nächste Runde geht jetzt los. Und, schon wieder, hm, okay, ich bin schon wieder unschuldig. Ich mag unschuldig nicht so. Am meisten mag ich Mörder. Und dann unschuldig und dann Sheriff. Also, doch, ich mag unschuldig eher auch. Eigentlich auch, also, ich mag unschuldig schon, aber ich kann Sheriff nicht. Und ich mag Sheriff auch nicht so arg. Und, ja, am liebsten bin ich halt Mörder, weil das macht irgendwie am meisten Spaß. Und, genau, okay. Ähm, ich mag diese Welt voll gerne. Ich finde die irgendwie voll cool. So. Okay. Ähm, ich hoffe, wir begegnen nicht direkt dem Mörder, denn ich möchte ein paar Münzen einsammeln. Und, ja, ich habe gerade mal 271, äh, 72. Und, ja, ich denke, ich möchte als nächstes auch vielleicht so eine Emotion sparen, auf das Sitzen da. Ähm, ja. Weil, ich habe jetzt auch erst mal ein Messer. Vielleicht können wir dann traden. Also, für die Leute, die so ein pinkes haben. Oder irgendwie eine andere Farbe. Könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Meinen User werde ich euch jetzt einmal einblenden. Aber, Leute, ich kann leider keine Anfragen annehmen. Also, da muss ich mit dem löschen. Also, bitte schreibt dann euren User dazu. Da, ich über, also, ich habe 200 Freunde und deswegen kann ich keine adden, leider. Aber, ja. Auf jeden Fall muss ich da mal irgendwas machen, denn, ja. Okay. Hier gibt es auch sehr viele Münzen. So, da läst. So. Ähm, okay. Ich möchte demnächst, ähm, ja, diese Sitzen kaufen, wie gesagt. Das finde ich nämlich eigentlich voll cool. Und, ja. Okay. So, ich denke, ich habe meinen Münzenbeutel voll. Oh mein Gott, ich denke, hier ist irgendwo der Mörder, sagte ich ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm. Ja, gut. Leute, äh, ich bin voll schlecht. Also, ihr könnt mir auch gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Und, ja, auf jeden Fall warte ich jetzt, bis die nächste Runde losgeht. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe hier eine Handelsanfrage. Und, ja, ich habe mir hier, ähm, das Gelbe ertradet, auf jeden Fall vorhin. Und, ähm, ja. Okay, ich weiß nicht, ich finde das nicht so mega schön. Vielleicht macht die Person das. Ähm. Okay, die würde es machen. Ich weiß ja nicht. Denn, wobei. Doch, ich weiß nicht, ob ich jetzt win oder lose was. Das ist mir eigentlich egal. Ich finde es auf jeden Fall voll cool eigentlich. Und, ja. Okay, ähm. Übrigens bin ich Sheriff, oh, okay. Okay, auf jeden Fall habe ich gerade schon ein paar neue Sachen ertradet. Ähm, ich muss hier auf jeden Fall den Mörder finden. Okay, ähm, ich bin sehr gespannt, wo er ist. Ähm. Ja, okay. Eine von denen muss es sein, da. Irgendwie sind die alle ein bisschen zass. Okay, die sind alle ein bisschen, keine Ahnung. Ah, ist das? Nee, 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 nee. Ist nur so ein Getränk, okay. Ähm. Äh, ich weiß nicht. Also, äh. Okay, ich habe hier eine Anfrage. Eigentlich sollte man nicht akzeptieren während einer Runde, aber. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir das ertradet. Ich finde es eigentlich voll cool. Okay. Hm. Egal, ich lehne einfach ab. Sorry, aber. Ich muss den Mörder finden. Ich gehe hier einfach mal hinein und muss gucken, wo der ist, ne. Ich weiß nicht. Kann ich irgendwie hoch oder so? Ja, ich kann hier safe hoch. Äh. Leute, es tut mir so leid. Ich bin einfach so schlecht, Leute. Ich muss auf jeden Fall noch üben. Ich bin sau schlecht. Und, ja, das tut mir auf jeden Fall leid an alle, die jemals mit mir gespielt haben. Und, Leute, ich glaube, das war der Mega-Win, was ich gemacht habe. Denn diese Kerze da, diese Kerze ist von 2020, dem Halloween-Update. Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das Win oder Los war. Ich finde, es war, denke ich, Win. Und, ja. Also, ihr könnt mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Und, genau, auf jeden Fall, Leute, das ist dann mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye.